hi pfff anmolrasen hi beste ansage ever hi es ist dunkel hell warum stehst du da wenn es dunkel hell ist ein geister geister spooky wenn er wieder dabei ist immer noch nach gold und immer ich bin schon wieder in ein loch gefallen nun nun bin ich im loch und hier möffelt es nach AIDS pfff Patrick was ist los mit dir ja ich nehme mit dir auf das ist eigentlich schon da ist gold äh was geht hier grad für den rave party ab in meinen bilder grad voll komisch gewackelt du hast grad auch ein bisschen gelegt in TS aber ich spiel auf keinem server ach halt stimmt das ist ja egal also ich lecker trotzdem in TS legen aber das weiß ich schon war ja irgendwie jetzt auch die singleplay welten via server laufen und java wie heißt nochmal die firma die minecraft gemacht hat mojang teilweise das ist nicht so total behindert ist teilweise kann man jetzt eigentlich in der 1.18 namen ändern do you know something about that little valentino ohne u äh und höchstwahrscheinlich erik endlich keine ahnung wie denn da ist aktuell noch miracle ip das ist mein ganz alter let's play name wo ich noch unprofessionell let's playt hab also noch unprofessioneller als heute ich weiß es kommt vorstellbar aber das war die dunkle zeit von damals weißt du warum habe ich ja nicht eisenblöcke im inventar ich bräuchte eigentlich da unten in der leiste vier dringende die fackeln aber ich weißt du warum fragst du mich das ich frag mich sowas immer selbst und denke dann immer der sinn des lebens ist bestimmt eh gleich y ich hab dich ja mal gefragt ob du mit mir diese aufnehmen würdest was ist das hier das holt von denen so ja aber ich hab das spiel nicht aaaaaaah oh gott ich bin in die labe gefallen es kommt noch ein skelett runter und schießt mich noch ab alter ich werd grad so alter okay jetzt brennt nicht m erzähl ich kann ich hörte zu ich brenne nur nebenbei ich hab das spiel halt nicht und ich hab's eigentlich auch nicht vor mir zu holen wenn ich ehrlich bin warum nicht wenn man dafür mal nichts sein muss und ich sowas allgemein so und es wird denke ich noch keine p server für das spiel geben nicht wie bei ww oder so weiß nicht allgemein mmos sowas was wir wollten allen im ohr anfangen jetzt doch keiner mehr von uns nicht mal ich mmo 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 noch kaputt ist kaputt ich habe noch 28 level wo die spinne ist auch ins wasser gesprungen wir wollen jetzt haben wir denn jetzt was 6 nein was ist 19 gold jetzt daraus können wir gerade mal zwei gold blöcke machen ich weiß nicht wie lange ich noch für den kopf haben sondern warum muss ich das auch als gold blöcken weiß warum bin ich eigentlich so nein so verschwenderisch wollte ich sagen behindert hat sich immer gleich zu negativ an ich möchte nicht die behinderten menschen beleidigen ich werde ich habe auch behinderte zu ich habe wahrscheinlich nur behinderte zu hallo also bitte wenn ihr nicht behindert seid und dieses video schaut flink den patrick bitte in den kommentaren zu nein dann müsste ich das war dann müsst ihr euch einfach als redet zu dings auf dem anderen ts erst mal der muten wenn er irgendwas sagt ich nur in weh'n einfach ich würde nicht einfach menschen das schockt er mich an ja ich stöpste mich an ich finde mich aber wenn ich folge ja worte das ist du oh mein gott oh mein gott ist unbelievable ich habe gerade voll die kuh ich weiß gar nicht ob das ein feature von meiner kurse vom inventory tweaks mod ist ich brauche noch viel mehr gold ist und vor allem emerald erz aber ich finde ein bisschen gold und gar kein emerald aber ich habe schon halben stack diamanten ich brauche keine diamanten ich könnte natürlich an habe ich nicht den emerald block einfach in die mitte vom raum und die vier diamanten blöcke außen das ist glaube ich deutlich vernünftiger stimmts valentinus ich habe dich gerade valentinus genannt ja ich meine jetzt auch nicht ich meine den photoshop photoshop ist nicht ich muss bei mir die ganzen teile für die videos mehr ausschneiden die ganzen logos das da das wird so lange dauern ich hoffe dass ich mein ttt sammeln nicht machen muss weil ich habe das einem kumpel geschickt nicht auf der hat das noch ein skype fragen weil für das habe ich zwei stunden gebraucht ich habe ganz ganz viel kult mehr geguckt hallo 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 youtube hallo youtube hallo youtube ich brauche meine wibrechte wieder wir brauchen den aufnahmeraum wieso hast du sie überhaupt verloren hast du etwa scheiße geboren habe ich nicht mich hat irgendwelche zwei menschen die ich noch nie in meinem leben auf diesem test gesehen habe entfernt wobei ich nicht verstehe wie muss ich sani heute mal fragen naja frag sie dann schlägt sie dich hoffentlich warum sollte sie mich schlagen die mag mich jeder mag mich man muss mich einfach was stimmt's flo ich werde einfach mal ganz unauffällig weg gehen ist geil ich bei meinem soundpack kommt ist es gerade let's go let's go gekommen wo ist aber er hat echt glück dass ich keine wibrechte sonst hätte ich ihn sofort wieder hier reingezogen kommt mann ist da drüben noch wasser durch nur noch ganz viel krebs und aids und alles und was schweck der patrick ist back gibt ihm den track er ballert und schweck Hey, ohne Scheiß, Mann, er spielt wieder Reis und so, weil die Schweiß leckt der Flo auf Eis. Du, Stee, warum musstest du gerade rappen und hallo? Oh mein Gott, Flo ist aus den Tiefen des TS zurückgekehrt. Die Künfer des TS ist, was ist das? Ich wette, er hat ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Deniz, ich habe Deniz kennengelernt. Aha, das kann der so. Er hat Krebs nicht machen. Ich kann nicht so viele Fragen, ich geh wieder, ich hasse dich, Patrick. Nein, bleib hier, Flo. Tschüss, grüß Deniz von mir. Dann nicht mal zu Deniz, das ist mein größtes Problem. Warum? Weil der in Antio-Chen drin ist, genau unter uns. Tja, wenn ich VIP-Rechte hätte. Oh mein Gott, der lag, Alter, ich habe gerade echt wieder Aids bekommen. Alter, ich weiß, ich will keine verfickten Diamanten. Ich will Goldblä- Alter. Okay, ich lag gerade richtig hart. Und ich weiß schon. Ich lag ja anscheinend. Und warum muss eigentlich Microfizil über den Server laufen? Wait a second. Tschüss. Tschüss. Ja, Flo. Warte, ich schließe gerade Zeug. No. Mhm. Heute mit Transformers mit Menschen. Ey, wieso hört sich jeder von euch bei... Also wieso hört ihr euch bei der gerade an wie... ...Machauter? Okay, also Walle lagst du auf. Ich möchte dich auch so an. Was ist denn los? It's Robot-Time. Ja, egal. Ich muss jetzt eigentlich eine Absage machen. Aber das ist schon ein bisschen blöd mit laggenden Stimmen. Robot-Time. Das ist richtig krass, wie der Roboter. Egal, mit diesem schönen Roboter-Thema. Ja, und mit diesem schönen Halleluja-Lied von KSTP zuabschiede ich mich mal. In der nächsten Folge werden wir noch mehr Code vergewaltigen und Gold suchen und hoffentlich finden. Wir haben schon 34 Diamanten. Ja, und ich will Gold finden. Jetzt ist es schwein einfach... Ja? Okay, du legst nicht. Lol, im anderen... Ah, das war kurz weg. Warte mal. Im anderen Testlochen... Warte mal. Egal. Was du da gesagt hast, ist das fast ziemlich cool. Es liegt am TS-Flow. Gut gemacht. Flo, es liegt am TS, weil im anderen TS lecken sie nicht. Oh mein Gott. Also, dann mache ich jetzt im anderen TS eine Absage, weil da leckt niemand. Äh, Felix? Ja? Äh, der andere TS leckt und ich muss noch eine Absage machen. Ich muss jetzt mit dir... Ich muss jetzt mit dir Tschüss sagen. Weil Wallisch, Alf, kaum ein Kumpel im anderen TS leckt. Danke fürs Zuschauen von der Folge. Und Tschüss. Tschüss. Ja? 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 Ist ja quarantine. Ja? Ja?